Einen wunderschönen guten Tag mit euch! Heute ein neues Video! Eine Art der Frische. Heute kommt was ganz schönes. Bei Silberquelle hat sich eine neue Brille einfertigen lassen. Und fährt jetzt ins Ali Center zu der Firma Robin Look und holt seine Brille ab. Und werde euch mitnehmen. So ist das. Also bis dahin. Viel Spaß beim Gucken. Und könnt ihr mal in die Kommentare schreiben wie euch die Brille gefällt. So auf dem Weg zum Ali sind wir. Ja, mit der Linie 11 bis zum Bahnhof. Und dann vom Bahnhof aus mit der 15. Mhm. Da look ich noch. 45 Minuten bis eine Stunde. Naja, man hat ja Zeit. Man kostet schon sonst nichts. Nächste Haltestelle. Bildbrandstraße. Krankenhausen St. Elisabeth. Was für ein geiles Wetter heute ist. Da möchte man gerne mit dem Bike fahren. Wenn man eins hätte. Ah ja. So ist es halt. So ist es halt. Nächste Haltestelle. T 무� resources zum Bahnhof. Tokernstraße. M 2 Untertitelung des ZDF, 2020 Nächste Haltestelle Connewitzer Kreuz Nächste Haltestelle Connewitzer Kreuz Nächste Haltestelle Connewitzer Kreuz Nächste Haltestelle Connewitzer Kreuz Ich versuche mal was ich gerade gesehen habe. Ein Stinkbund. Ich freue mich auf jeden Fall auf die neue Brille, weil nach vielen Jahren wieder mal was Neues auf der Nase zu tragen ist auf jeden Fall eine gute Investition. Kann man so sagen. Da wirst du immer komisch angeguckt, wenn du ins Handy reden tust. Ach Spinnenleben, Gelümpel. Ja. So ist das. Gleich da. Allee Center. Und da muss ich rein. Ich melde mich gleich wieder, wenn ich draußen bin. Und. Bis gleich. So. Wieder raus. Aus. Propin look. Und. Ja. Was soll ich sagen. So wie ich mir die Brille vorgestellt habe. So ist sie auch wirklich geworden. Auf die Karte. Na. Mal gucken. Ja. Mal gucken. Machst du da rum. Da. Ja. 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 Und da. Dann zeig ich es euch mal. Gibt es immer mal eine Bank, ob man hinter das Gantt... Ach da! Ne. Katastrophe ja, wenn man das braucht. Ist nie irgendwas da, was man sich gerade erhoffen oder wünschen tut. So, dann mal los. Tränen wechseln. Das ist die alte. Das ist die neue. Das ist die neue. Auf jeden Fall ein neuer Look, neuer Style. Also mir gefällt es auf jeden Fall. Tommi Hilfiger steht da. Und was sagt ihr? Stellt mir. Stellt mir. Hier nochmal die alte. Das ist die neue. Auf jeden Fall ein schönes Modell. Und auch preislich. Wie man sagt. Ja. 59 Euro. Geht. Das ist ja immer so ein Problem. Bei mir. Eine Brille für mich. Zu bekommen. Weil ich eben. Einen schmalen Kopf habe. So hat mir das die Tante bei. Bei Viehmann gesagt. Ja. Und da gibt es halt nicht viele Modelle. Stand so. Hat mir die Frau gesagt. Und. Na ja. Aber da habe ich eine bekommen. Bei anderen Anbietern. Und siehe da. Kann mich nicht beschweren. Ich freue mich. Und. Ja. Wenn ihr mir auch was gutes tun wollt. Da lasst ein Abo da. Aktiviert die Klocke. Alles zusammen ist kostenlos. Und würde mich. Freuen. Denn. Denn nur so. Bekommt ihr weiterhin Content. Ähm. Ja. Und. Somit bin ich also erstmal raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und. Bis zum nächsten Video. Äh. Ja. Glaubt euch wohl. Eure Superquelle. Ready für's euch vierięcy катieren. A learned古ischer BaatIO kamen bei Ihnen. W ne leiken. geht das immer oben an. processes hoch. Das hat zu weit. Da geht mir ziemlich viel. bombern. 加elung hier. Ja.